Und was er auch denkt und tut, man merkt ihm leider an, dass er niemand glücklich sehen kann? Sagt er mir zu meiner Zeit, gab es sowas nicht? Frag ich voll Bescheidenheit mit lächelndem Gesicht. Kann der Liebe Sünde sein? Glaubt es niemand wissen, wenn man sich wüsst, wenn man einmal alles vergisst? Oh, Gott! Frag ich voll Bescheidenheit mit lächelndem Gesicht. Kann das doch nicht fündig sein, wenn man immer so an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt? Oh, Gott! Du bist so dick, du bist nicht schick, du bist unmöglich, das seh ich täglich. Mein lieber Hans, was ist das für ein neuer Sport des Kniegelenkes? Was für ein Kenkes machst du beim Tanz? Was steckst du so den Bauch heraus? Du siehst wie aufgeblasen aus. Was lachst du immer wieder bauen? Wacken ist hinter Hintergrund. Das ist ja ein Kenkes hier, was du an der Hand hast. Dann hast du das auch Schlaasen, Alter, Mann. Die rechte Hand, seine Dame voll maniert, doch seine Füße lasst bei dir. Was machst du mit dem Knie, lieber Hans, mit dem Knie, lieber Hans, beim Tanz? Was lachst du mit? Die starke Hand, die mich zerbrechen kann. So sieht der Mann meiner Träume aus. Sein Name ist Ralf oder Peer. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Bitte fühlen Sie mal her. Er ist Waldemar und hat sportes Haar. Er ist wieder stolz, man kühnerig. Ich liebe mich. Er heißt Waldemar und er ist kein Star. Seine Heimat ist Berlin, aber ich liebe ihn. Wenn ich mal nur möchte, ich es wagen, mir zu sagen, was es trägt in meinem Tagebuch, gleich auf der ersten...